Alter Schwede, ähm, krass. Komm, wie gemein. Ich komme euch da oben hoch. Wartet ab. Alter Schwede, boah Alter, das fängt jetzt aber unheimlich an zu... Ich entschuldige mich mal dafür, aber ich muss es mal abnehmen. Das ist extrem schwitzig jetzt gerade und es fängt an zu jucken. Das ist unglaublich. Äh, verlose ich demnächst in der Let's Play Live Show, könnt ihr gewinnen. So. Äh, bitte kein Problem. Ja, äh, ich weiß, der Name ist komisch, kennste. Ja, macht ja nichts, macht ja nichts. Ist ja, ist ja nicht so schlimm. Aber schön, dass du da bist und schön, dass du gefollowt hast. Vielen lieben Dank. Ich krieg dich. Äh, äh, das kann auch... Hup, nein! Hup, nein! Hunter ist weg. Was hast du getan? Nein, es geht kein Sonntag raus. PC-Spin, nein. Oh, Mann, fuck. Diese Drecksecke, ich glaub das nicht. Hup, scheiße. Fuck. Hey, es ist Manu. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank für den Follower. Oh, Mann. Oh, Mann, was ist das? Scheiße. Fuck. Oh. Flexi ohne Bad, ja. Alter, wie soll das denn, Moment, ich glaube, ich mach das schon, ah, ich glaube, man muss das richtig timen, ich glaube, man muss das richtig timen, ist ja schon mal gut, dass man hier mal anfängt, oh, puh, und jetzt kommen wir hier auch raus, so wie das aussieht. Ich krieg dich da oben, warte ab, ah, jetzt ziehen sie das Seil weg, toll, super, also sind wir hier schon mal nicht allein und wir sind immer noch im Waldgepiet, glaube ich, nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, du bist so hässlich, geh weg, du bist so, alter, Geh weg, geh weg, geh weg, du bist so hässlich, ähm, ähm, äh, was, äh, da komm ich doch niemals rauf, ah, oh, alter, geh weg, geh weg, geh weg, du bist so hässlich, geh weg, Geh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg weg, weg mit der scheiß Kackspinne, alter, wie, was für einen fetten Arsch die hat, ne, ist ja unglaublich, Eine Freundin ist wieder da, yay, kommt nochmal, was, kommt nochmal? So. Gestern hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer, irgendjemand hat gestern von euch geschrieben, gehabt, einer kam nicht weiter bei Limbo, würde mich mal interessieren, wer das war, und willkommen zur Let's Play Live Show, an alle neuen Zuschauer jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr, Wir sind unterwegs mit dem, schönen Michel, mit den leuchtenden Augen, Äh, Alter, ich hab immer noch diese Watte im Mund. Na, hinterher, der ist so schlecht, äh, nein, es lädt nur, warum? Ah, das ist schlecht. Äh, Hallo? Haha, jetzt kämpfen wir! Also, ein bisschen eklig ist es schon, ne? Boah, guck mal, die Haare da dran! Äh, 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 Boah, Alter, diesen fetten Kadaver da! Boah! Moin, moin! Ist halt Twitch, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show, Flash and Flash. Fengo, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du mal wieder da bist. Mir gefällt dein Stream! Vielen lieben Dank, dass dein, mein Stream, dass dir dein Stream mir gefällt, ja, vor allen Dingen. Vielen lieben Dank, dankeschön. Wie gesagt, jeden Freitag und Samstag, 20 Uhr. Voll gut, 161 heute. Hallo? Ganzer Tag geht Internet, wenn man es mal braucht, dann geht es nicht. Okay, ich glaube, wir müssen hier lang kommen, aber mit Michel da nicht rüber. So, gucken wir mal hier. Wir brauchen bestimmt diese Kisten, die wir da gerade gesehen haben. Und im Hintergrund sieht man schon ein paar Städte oder sowas, so Bauten. Das sind wahrscheinlich die Leute, die wir da gerade gesehen haben. Ach, das sei schon ein bisschen morsch, man sieht's. Ah, ja. Hui! Na, ob das reicht? Schauen wir mal. Ja, ich glaube schon. Gruß vom Boba Patati. Ja, vielen lieben Dank. Wie er mal da steht und guckt, ne? Ach ja. Schön. 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 So. Ich bin der kleine Michel. La 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 la. Was ist denn? Eckige Würmer da drinnen. Bäh. Äh, bitte was? Okay. Der ist einfach mal in den Tod gelaufen. Warum auch immer. La 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 la. Hier, man sieht unten schon den Stolperdraht. Das ist ja viel zu einfach. Warte mal. Können wir da ne La... Alter, hab ich so bekloppt oder was? Ich komm da gleich da rüber. Schmeiß den mit Steinen auf uns. Ich glaub's ja wohl. Wo leben wir denn hier? Voll der Rassismus. Unfassbar. So. Ah, das funktioniert sehr schön. Boah, das ist gemein, ne? Wo ist das? Alter, mal einfach mal auf den Boden. Mit dem Gesicht auf den Asphalt ziehen. So, natürlich erstmal. So. Na, guck mal. Jetzt ist er nicht mehr da, ne? Ja, Steine werfende Assi. So. Wo ist das denn? Hm? Okay. La 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 la. Hui. Au. Ich find das ohne Scheiß. Das braucht normalerweise gar, gar so, wie es auch keine Stimme hat, aber alleine wie Emma guckt, mir so. Was das wohl macht? Hm. Probier mal mal aus. Oh. 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 Grandios. Das ist einfach grandios. Oh, du Scheiß. Hui. Alter, wie geil das ist. Hü- Ach, das ist unterschiedlich. Ach, du Scheiße. Das hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Ich dachte, das wäre alles gleich. Ah, hier ist also der mittlere Knopf nicht. So, hier ist es außen. Hier ist es der mittlere Knopf. Hü- Hier habe ich aufgehört zu spielen, okay. Oh, da oben hängt jemand. Hü- So. Oh, Alter. Haut ab. Äh, war das jetzt der mittlere? Ja. Ich glaube, ja. Nein. Scheiße. Scheiße. Verdammt. Mist. Okay. Hier war es der mittlere Knopf. Na, genau. So. Ah. Geht weg. Ja, ja. Folgt mir. Haha. Einer schon mal weniger. Und noch einer weniger. Jetzt waren die Dinger wieder nach oben. Wir sterben auch. Das wäre so fies. Was wollen die denn von uns? Mein Gott. Alter, geht die Leiter runter. Verdammt. Ich sehe da Zahnräder und ein Seil. Hier haben wir schon wieder so einen Wagen. Ich finde das so knuffig, wie der guckt. Das ist unfassbar. Ah, ja. Ich finde das Spiel voll Hammer. Ja, ist auch ganz geil. Muss ich sagen. Ist echt cool. Ah, warte mal. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen timen. Kann das sein? Nein, 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 nein. Nicht in die, obwohl. Ach komm, wisst ja was? Ich will es gerne mal sehen. Bin ich ganz ehrlich. Komm jetzt. Worn. Stell müssen wir uns natürlich ein bisschen beeilen, dass wir da... Uah! Uah! Nein! Ach, scheiße, fuck! Ach, jetzt weiß ich, wofür der Wagen ist. Ah, Mist. Okay. Kommt in circa 20 Minuten. Na, alles klar. Wissen wir Bescheid. So. Alles klar. Also müssen wir uns ein bisschen timen jetzt hier das Ganze. Hat auch ein bisschen so einen gewissen Flair von Escape Plan, ne? Das war ja auch so in schwarz-weiß gehalten. Und, äh... Hup! Hup! Ah, von wegen. So. Jetzt aber schnell, 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 schnell. Oh, nein, Alter! Das glaube ich jetzt nicht. Das war doch so knapp gewesen, Mann. Hier war das genau. Verdammt. Steht der Wagen jetzt wieder unten? Wahrscheinlich nicht, ne? Mist. Aber es sieht auch wieder so ein bisschen aus, als wären wir jetzt irgendwie nicht mehr im Wald, sondern eher so in so einer Fabrik oder sowas. So. So. Jetzt aber ganz schnell. Los, Nils! Los! Los, 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 los. So, jetzt aber. Jetzt teilen wir das Ganze aber mal. Jetzt werde ich mal da... Kann ich da hinschaukeln? Hui! 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 Jawohl, sehr schön. Komm, 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 komm! Joa! So. Weiter geht's. Und wir sind doch wieder im Wald. Was ist das? Okay. Blauen überall Gefahren. Was ist denn das? Äh, alter, ey, ey. Nimm diesen Gehirnkäse von meinem Kopf. Okay, ich kann, ich kann, er läuft nur in die eine Richtung. Ach, das war das, was der... Was der eine da auf dem Kopf hatte? Das ist so ein Selbstmörderding. Äh. Höh. Okay. Äh, alter, äh. Ich glaube, kann das sein, dass die Dinger das wegfressen dann? Kann das sein vielleicht? Ich probiere das mal jetzt da drauf zu klettern. Ah, Tatsache. Wie cool. Ich bin auch nicht mehr weitergekommen. Die Rätsel werden immer schwerer. Okay. Dann bist du hier richtig. So. Mein Gott, 37 Zuschauer, 39 schon gewesen. Alter, Wahnsinn. Seid ihr alle verrückt? So. Was haben wir hier? Okay. Aha, er will Futter. Du willst also Futter. Okay. Probieren wir uns mal aus. Geht das so? Kann ich da... Haha, komm her. Du verkriegst dich nirgendwo hin. Bleib doch stehen. Äh, wo läuft der denn hin? Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgedacht. Oh, es regnet. Hey. Ich finde die gar nicht so schwer. Also es geht bisher. Also es ist jetzt nicht so... ...so schwer. Also bisher. Nicht so schwer bisher. Aber wir schauen einfach mal. Macht Sinn. Würde ich sagen. Hing gleich zurück. Oh, bis gleich. Äh. Alter, ach so. Wir sollten vielleicht vorher mal, äh, das Holz nach hier ziehen. Weil dann kommen wir nämlich auch da rüber. Also eine Mitte reicht eigentlich, denke ich mal. Äh, hallo. Manchmal muss man genau hingucken, weil man das... ...durch das Schwarz-Weiße sieht man das... Hallo? Durch das Schwarz-Weiße sieht man das fast kaum. Da muss man schon genau ein Auge drauf werfen. Alter, jetzt geht es nicht zuschauen. Willkommen zu Let's Play Live schon. Willkommen zu Limbo. Limbo. Hallo? Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Ja, jeden Freitag, den Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live-Show. Also... Flexi-Tanz-Glimbo... Unser kleiner Michel. Live. Äh. Hallo? Michel? Okay. Das war halt nicht sehr förderlich. Ah, ja. Okay. So. Wo kommen wir denn jetzt hin? Hui. Eine Kiste. Na, ich nehme die mal mit. Die werden wir wahrscheinlich vielleicht gebrauchen gleich. Für irgendwas. Was? Okay. Da ist ein Schalter. Ach, guck mal, da eine Decke. Guck mal. Freundliche Begrüßungen. Kann es sein, dass man das wegziehen muss hier? Ah, ich glaube, ich weiß, wofür der Schalter da noch ist. Ich glaube... Ich glaube, damit füllt sich das Wasser auf. Und wir müssen die Kiste so positionieren, dass wir da drauf klettern können. Boah, da müssen wir uns aber beeilen, ey. Ich weiß ja... Ich hoffe mal nicht, dass es so schnell irgendwie sich füllt, das Wasser. Oh, äh, äh, alter. Boah. Boah, nicht umkippen mit der Kiste. Hier, da steht. Na ja, so ist es nun mal. Ich habe Leuchtenauchen. Äh. Oh, okay. Okay. Ach, das Wasser steigt noch fach... Weil, weiter. So. Hui. Hü. So. Hier ist nochmal so ein Ding. Müssen. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Höh. Ah, Mist. Verdammt. Ich glaube, wir müssen diesen... Ich glaube, wir müssen den irgendwie erst lösen. Aber wie? Wie können wir den denn lösen? Na, hallo? Verdammt. Ach, der löst sich in einer Zeit von alleine. Ach so, okay. Hm. Müssen wir den dann irgendwie... Wir müssen den wahrscheinlich darüber leiten. Nach rechts oder so. Ich schau mal. Kann das... Äh. Mal schneller, schneller, schneller. Boah. Boah, das ist gar nicht so... Da muss man schon ein bisschen... Timing haben für. Da oben ist der Ausgang. Yeah. Uah. Uah. So. Scheibig. Grüß dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du noch eingeschaltet hast. Hier ist ein Schalter. Was macht der? Aha. Ob das reicht? Okay. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Moment. Okay, die Rätsel gingen jetzt eigentlich noch. Die waren jetzt eigentlich noch relativ human. Wir sind irgendwie in so einer Fabrik. Oh nein, nicht schon wieder. Nein. Nicht schon wieder diese... Nein. Nicht schon wieder der Gehirnkleber. Nein. Scheiße, ich kann nirgendwo anders hinlaufen. Verdammt. Na toll. Super. Einfach in den Tod gesprungen. Ja. Ja.